GM und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Punks, deinem Podcast rund um die Themen Musik, NFTs, Web3, AI und Co. Mit heute nur mir, dem Lukas. Chris ist im Wohlverdien-Uberlaub wie angekündigt. Deswegen gehen wir direkt rein in die Topics. Und zwar heute dabei haben wir Ghostwriter, der meldet sich mit Travis Scott und 21 Savage AI-Track zurück. Universal Music und dieser präsentieren Künstler-zentrierte Streaming-Auszahlungen. AI-Music-Video-Breakdown von Contrasts, Sound XYZ hat ein neues Feature und Artist-Drops von Ballet und Nebula-Docs. Wir starten direkt rein mit News Nummer 1 und zwar Ghostwriter, der meldet sich mit Travis Scott, 21 Savage AI-Track zurück und meldet sich für die Grammys an. Am 5. September ist der anonyme Songwriter mit dem Namen Ghostwriter, ihr seht ihn hier oben, das TikTok-Video, mit einem neuen Track Whiplash zurück, der mithilfe von KI erzeugt wurde und diesmal ein Feature, ein vermeintliches von Travis Scott und 21 Savage ist, ohne dass diese wirklich daran selber beteiligt waren. Ghostwriter hat ursprünglich mit Heart on My Sleeve für Aufsehen gesorgt. Das war ja ein vermeintliches Feature von Drake und The Weeknd und wir hatten davon schon erzählt und der Track wurde ja rasch von Streaming-Diensten entfernt. Seitdem hat er aber wohl hinter den Kulissen mit Plattenlabels und anderen Tech-Riesen gesprochen und Ghostwriter betont, dass Künstler ihre Stimme nun mithilfe von AI nutzen können, ohne aktiv teilzunehmen und sieht das als große Chance für Musikerinnen weltweit. Anscheinend hat er jetzt auch Heart on My Sleeve den ersten Track in den Kategorien Best Rap Song und Song of the Year für die Grammys eingereicht, um die Möglichkeit zu haben, ein Grammy zu kriegen. Interessant auf jeden Fall, wir werden es mal weiter beobachten. Als News Nummer 2 haben wir Universal Music Group und Deezer, die präsentieren künstlerzentrierte Streaming-Auszahlungen. Und zwar hat die Universal Music Group und Deezer jetzt ein neues Auszahlungsmodell für Streaming angekündigt. Start ist erstmal in Frankreich und die Hauptpunkte sind die folgenden. Verdoppelte Auszahlungen für Künstlerinnen mit über 1000 monatlichen Streams von 500 einzigartigen Hörern. Doppelte Auszahlungen für Lieder, die Fans aktiv wählen, also nicht die einfach nur in Playlists kommen und abgespielt werden. Und Ersatz von Rausch-Inhalten durch eigene Musikinhalte, das meint White Noise und sowas. Strengeres Betrugs-Erkennungssystem. Wie das aussieht, war jetzt noch nicht im Detail dann erklärt. Dazu noch irgendwie ein paar Infos. Nur 2% der Deezer-Künstler haben mehr als 1000 monatliche Hörer. 7% der 2022er-Streams waren anscheinend betrügerig. Also höher als irgendwie frühere Schätzungen, die sich auf so 2% belaufen haben. Und die Zusammenarbeit mit Universal wirft allerdings Fragen auf über zukünftige Modelle und auch die Wettbewerbsreaktionen. Was sagen die anderen Majors wie Sony oder Warner dazu? Was sagen Independent Labels, Independent Artists, das jetzt ein Streaming-Service mit einem Major zusammen das erarbeitet hat? Und ob das zu besseren Einnahmen für Künstler führen wird, wird sich auch zeigen. Das aktuelle Modell für Künstler ist auf jeden Fall nicht nachhaltig. Das hat sich ja mittlerweile gezeigt und ist wahrscheinlich auch allen bewusst. Deswegen kann man eigentlich nur begrüßen, wenn mit neuen Methoden experimentiert wird, auch wenn hier jetzt in dem Fall noch einige Fragen offen bleiben. Als dritte News haben wir AI-Musikvideo-Breakdown von Contrast. Das Topic ist so ein bisschen KI-Technologie als Artist nutzen. Wir hatten ja von einem Dropbiner-Band Contrast berichtet. Da haben wir mithilfe von KI ein komplett animiertes Video erstellt. Da öfter die Frage aufkam, wie das jetzt gemacht wurde. Hier ein kleiner Breakdown. Wer das Video anhat, der kann sehen, wie das Video aussieht, während ich erzähle. Wir haben mit verschiedenen Tools rumgetestet. Mit Journey, Runway, Kyber. Und am Ende ist dann die Wahl auf Kyber AI gefallen, wegen der Video-zu-Video-Umwandlung, die besonders bei Gesichtsausdrücken und den Händen gut funktioniert hat, was ja aktuell oft bei KI noch ein Problem ist. Das Ausgangsmaterial. Einfacher Auftritt vor der Wand. Und wir haben dann die Performances mithilfe des Tools in Anime-Szenen umgewandelt. Nach mehreren Durchgängen hatten wir ungefähr 40 Videos. Haben auch ein paar Szenen erstellt von der Landschaft, die einfach mit Text-to-Image erstellt wurden oder Text-to-Video. Also da gab es keine Vorlage, nur Text. Wir haben das dann, diese 40 Videos insgesamt, in DaVinci Resolve reingezogen. Nachbearbeitung dann in After Effects gemacht. Und ja, das Ergebnis ist ein KI-unterstütztes Musikvideo. Das Fazit ist so ein bisschen, KI alleine kann keine perfekten Musikvideos erstellen bisher. Aber es ist ein mega geiles Werkzeug, wenn es richtig eingesetzt ist, um die Kreativität zu boosten. Also, wenn ihr Fragen habt, meldet euch dazu gerne. So, dann kommen wir zu News Nummer 4. Sound XYZ hat nämlich jetzt ein neues Feature. Und zwar kann man den Sekundärmarkt, den Zweitmarkt, direkt auf Sound, auf den Songseiten jetzt selber quasi nutzen. Also ausverkaufte Tracks direkt auf der Songseite sammeln. Das heißt, wenn man einen Drop verpasst hat und der ausverkauft ist, dann ist das kein Problem. Man kann dann trotzdem auf der Songseite jetzt auf Collect Now klicken. Und man kriegt dann automatisch den besten Deal. Und 10% gehen immer an den Künstler. Das heißt, wenn jemand den Song eingestellt hat oder mehrere Leute, man kann dann immer zum günstigsten Preis direkt auf der Songseite kaufen. Das war vorher nicht möglich. Das macht es auf jeden Fall einfacher jetzt. Und wenn es nicht sichtbar ist, dieser Collect Now Button, dann kann man das im Sound Market nach wie vor noch machen, dass man da Angebote auf die Collection verteilt. Oder natürlich auf OpenSea und anderen Marktplätzen auch Angebote verteilen oder gucken, ob sie da angeboten werden. Dieses Feature gilt aber erst für Songs nach dem 21.09.2022. Für die davor liegenden Tracks soll es aber auch noch ausgerollt werden. Zu guter Letzt haben wir auch noch ein paar Artist Drops dabei. Und wir starten mit Valet mit Moody, Dirty, Sweaty. Und zwar ist es ein Musikvideo-NFT. Also mal was anderes als nur die reinen Musik-NFTs, wie wir sie meistens haben. Die kolumbianische Künstlerin Valet hat den Song Moody, Dirty, Sweaty nun als Musikvideo-NFT herausgebracht. Den Track konnte man vorher auf Soundstone collecten. Das Ganze auf Zora, limitiert auf 25 Mintz zum Preis von 0,033 ETH. Das Video, das wurde gedreht in New York, zeigt die Magie weiblicher Fantasien in einem coolen, kantigen Style, wie sie selber sagt. Die Visualisierung ihrer Musik ist Valet besonders wichtig. Das Video wurde gedreht mit Regisseurin Kaya Tone und soll laut eigener Angabe die Stimmung des Songs perfekt einfangen. Als Utility gibt es noch dazu, dass jeder Collector automatisch Zugang zu einem Live-Konzert am 13. September in L.A. hat. Unter anderem mit Sarah Phillips, Taro und Kaylee Baby. Das heißt, wenn ihr in L.A. vor Ort sein solltet und so ein Musikvideo-NFT habt, dann könntet ihr da zu dem Konzert kostenlos hin. Ansonsten, der Link dazu ist wie immer in den Shownotes auch zu dem Musikvideo. Dann könnt ihr euch das angucken und gegebenenfalls minten. Aber wie immer, no financial advice, ihr entscheidet da selber. Und als Drop Nummer 2 haben wir Nebula Dogs mit Liquid Dreams, Album Preview. Das Debüt der brasilianischen Band ist ein multimediales Kunstprojekt. Und das Konzeptalbum, das enthält 10 Songs, die bis Jahresende einzeln veröffentlicht werden als Audio, Text und Illustration. Denn jeder Song wurde davon visuell von einem anderen Künstler interpretiert. Das heißt, am Ende kommen 10 Songs, 10 Illustrationen von 10 verschiedenen Künstlern raus. Nebula Dogs beschreibt sich selber als progressive, psychedelic Indie-Band. 2012 in Florianopolis, der Hauptstadt von Santa Catarina, gegründet. Und ihre Musik ist so ein bisschen an Bands wie Pink Floyd, Radiohead beeinflusst und versucht eine Soundvielfalt aufzubauen. Inspiriert von Blues und Jazz auch. Und dieses ganze Album soll eine Geschichte erzählen. Dieses Preview, das kombiniert verschiedene Elemente der verschiedenen Songs und die Utility bzw. die Belohnungen. Das NFT ermöglicht den Zugang zum Vorverkauf von jedem der 10 kommenden Tracks. Die Top-3-Sammler und Kuratoren erhalten Anteile an jedem Song des Albums. Und der Golden Egg-Gewinner erhält Anteile am ersten Track. Kostet 0,0002 ETH auf Sound, also ca. 30 Cent. Mit Soundgebühr, Transaktionskosten und so. Also dann ca. 1 Dollar umgerechnet. Link auch unten in den Shownotes. In der Stelle, wenn ihr irgendwie selber einen Drop macht oder Leute kennt, die Musik-NFT-Collectible Drop in irgendeiner Form machen, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Ihr könnt uns an digitalpunkspodcast.gmail.com schreiben. Ansonsten sind wir auch auf Twitter bzw. X jetzt unterwegs. Und ja, wir freuen uns, falls ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich über ein Abo. Und wenn ihr auch den Podcast euren Freunden weiterempfehlt, das hilft uns nämlich sehr. Und ja, ich würde sagen, habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal und haut rein.